TITANFALL BETA Mal gucken ob man hier irgendwas reißen kann Oh ich bin direkt gekillt worden von was auch immer Ne Granate Ok So direkt als Pilot spawn Standard Killcam ne So ein paar Grunts gekillt da vorne Ist das ein Pilot? Ja ich hab ein Pilot gekillt Genau das sind die großen roten Punkte auf der Map Oh fuck Da wurde ich gekillt In 2 Minuten Ja das ist ja Herrlich Ja ich spiel momentan die Runner Klasse Ähm Ja wie heißt denn das? Äh Assault Genau Assault Klasse und ähm Ja mal gucken was hier so geht Grafik ist tatsächlich halt also ein Kumpel von mir hat mir gesagt Oder eher gesagt der Chris hat mir gesagt Äh die Grafik sei so ein bisschen Modern Warfare 2 Style Und da muss ich ihm leider recht geben Also grafisch ist das jetzt reißt das hier keine Bäume aus Aber ich hab eben schon in dem Äh in dem Dingen zum Training gemerkt So das mit der Steuerung und sowas Hatte ja auf der Gamescom schon gesagt dass ich das geil finde Und das ist hier nach wie vor Der Burner Oh leider scheiße man da wurde ich umgebracht Gerade voll nix am reißen Hä warum kriege ich dieses Fenster nicht mehr weg Ah Nochmal Tab drücken das ist ja ätzend Oh Ah rechts vorne vor unserer Base ist direkt einer Hockt direkt einer rum in so einem Kabuff So Titan bei Fuß So Titan bei Fuß Haben wir auch ne Granate? G beziehungsweise F F ist das ja So komm Stirb du Asch Mein Titan ist ready Der campt da immer noch mit seiner scheiß Waffe rum Manno Äh Titan wo bist du? Oh da kommt ein Titan um die Ecke Genau Erstmal ne Rocket in die Fresse geflogen Bäm Junge Fick dich Alter Ach ja Ja spielerisch gefällt mir das auf jeden Fall sehr gut Es ist sehr schnell Und ich bin ja eher so ein Typ der rumrennt und ballert Als äh jemand der sich irgendwo hinstellt Von daher kommt mir Titanfall da schon sehr entgegen Weil äh es doch recht schnell ist insgesamt Oh ist da noch ein Titan am Start? Braver Titan! Da hat zwei Leute getötet Titan ready! Ups Ich muss schnell wieder tarnen hier Miam Junge! Komm her! Mal zu Hause? Let's go! Ja 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 Ich hab dich gesehen Der schießt wirklich mit der Waffe auf mich Also die Leute die mit den Titanenwaffen auf äh normale Infanterie schießen ne? Komm, geh mal ins den Titan rein Auch wenn der fast kaputt ist Genau, Anti-Ritter gekillt Sehr schönes Ding ey Diese Grunts sind ja eher so Ja das ist ja eher so So sch... Da kannst du nichts von erwarten, wa? Nope Also die... Die stehen echt noch so ein bisschen in der Gegend rum Also zumindest das ein bisschen bessere Gegner sind Könnte man... Also... Ich weiß jetzt nicht ob's notwendig ist Das ist aktuell wirklich doch wirklich verdammt schlecht Also... Ja also von diesen... Von diesen Grunts... Ich mein... Bisschen besser wird ja gehen fänd ich Weil... Ja... Also ich mein das ist meine erste Runde und die sind schon echt lahm Das ist kacke, dass man zweimal auf Tab drücken muss Das ist voll ätzend Ah... Kann man sich... Ich mein ich kann's aber auch umstellen Ne... Kann man glaube ich nicht So... Wo sind denn jetzt die Gegner hier? Stirb du Wichser! Stirb doch jetzt endlich mal! Meine Güte! Kack der hat mich grad genervt hier Warum werde ich hier so hart geraped? Zwei Leute... Zwei Leute mit... Zwei Leute totgetreten Jaa... T-Titan... Komm mal runter hier... Wollen wir dir ne Hilfe! Damage Core Online Ja... Ja... Da kannst du ja Titan im Prinzip in Selbstmord modus verfallen lassen Jaaaa... Jaa... Jaaa... Oh oh... Raus! Okay, da ist der Titan down gewesen. Der müsste aber noch irgendwo runter kommen. Der ist doch bestimmt raus. Der ist hochgesprungen. Ne, ist er nicht. Nein, warum hat der mich denn als erster? What the fuck? Aua. So, haben wir aber gleich, glaube ich, gewonnen. Alter, dieser Anti-Ritter, oder wie der heißt, der steht die ganze Zeit in unserer Base rum, der Wichser. Drecksnutte! Da vorne ist auf jeden Fall noch ein Gegner. Ja, gewonnen! Ja, erste Runde, direkt mal Level 2 entspannt. Ich glaube, hier kommt noch der gute alte E-Piler. Oh, und ich bin gerade neu gespawnt, was... Eliminate all enemies, oder was? Ja, ja, das ist das Prinzip Last Man Standing. Ich ficke euch, er kommt ja her. Wichser... Ja, ich bin direkt gestorben. Der, der, ich weiß nicht, ob du vor mir warst, aber auf jeden Fall bist du, glaube ich, gerade gestorben. Nö, ich glaube noch. Okay. Auf jeden Fall gerade total... Strange Sache! Wo bist du denn jetzt? Kann ich nicht hier zugucken? Doch, da bist du. Links von dir, wa? Ah, hier oben. Hast du irgendwie schon eine bessere Waffe, oder so? Äh, ja. Ja, weil meine ist total ätzend, ey. Meine ist total ätzend. Das Ding kann man immer so einfach kaputt machen hier, ne? Ach, echt? Ja. Ja, aber das habt ihr nicht geschafft. Naja, wenn man alleine drauf schießt, ist man ätzend. Ich bin doch noch ein Pilot. Das ist ein Auto Titan. Ja, war doch für die erste Runde schon mal gar nicht so schlecht, ey. Ich bin direkt hinter dir. Was hat da funktioniert? Äh, der Jens, welches Level bist du eigentlich? Zehn. Ja, ja, ja. Und ich bin jetzt Level 2. Höchstens in der Beta 14. Geht ja noch. Äh, wie lang ging denn jetzt die Runde? War nicht so lang, ne? Lass es zehn Minuten sein, allerhöchstens. Sicher, das waren zehn Minuten? Das kam mir echt nicht so vor. Naja, auf jeden Fall, Leute, äh, die nächste Runde wartet schon auf uns. Und, äh, ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Äh, das hier wird so als kleiner Schnipsel erstmal hochgeladen. Und es kommen mehr, äh, Folgen am Tag, äh, vielleicht heute noch oder morgen und so. Wir schauen mal so ein bisschen, ähm, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und, äh, ja, ich find's ganz geil. Tschüss. 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 Tschüss.